Hat er eben aufgehört zu spinnen? Willkommen meine Damen und Herren! Ich dachte kurz, scheiß was mache ich hier? Der hat eben gespinnt, der hat ein Spinball angehabt. Aber jetzt nicht mehr. Ja, Aim, Vision, Spin, er dreht sich wieder. Ein Heidenspaß für die ganze Sabine, mein Name und Herr, Willkommen im Livestream, ähm, CSGO Overwatch. Wie kann man nur so ein räudiges Stück Scheiße sein? Das ist doch eklig, oder? Das geht gar nicht. Man kann eigentlich nicht so getautet sein wie jemand, der... Warte mal, ist es vielleicht immerhin eine Cheater gegen Cheater Lobby? Oh ja! Oktopus hat wahrscheinlich auch ran. Okay, also Trust funktioniert. Trust laughed! Es laughed. Leute, trustet euch hoch. Trustet euch hoch. Lasst euren Trust Faktor ins Unendliche steigen, dann wird es schon. Dann kommt ihr nicht in solche Lobbys rein. Ich bin noch nie im Solo-Cue gegen Cheater angetreten, noch nie. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Trustet euch schön nach oben. Boom. Ich habe einen Guide dazu gemacht, wie man das machen kann. Guckt es euch an. Einfach nur, ich glaube, ich habe ihn Trust Faktor verbessern genannt, oder so. Ich drücke den Barstatt jetzt alles. Auch wenn ich glaube, eigentlich ist es nicht ganz richtig, aber der hat alles verdient. Der Barngard. Leute, willkommen zum heutigen CSGO Arms Race Spiel. Hey! Schön, dass ihr da seid. Mensch, ah. Ja. Jetzt hört man die Musik, oder? Das sind auch jetzt 30%. Dieses blöde Lied. Ah, ich lade gerade hoch. Dieses blöde Lied hat halt laute und leise Stellen, oder laute und leise Lieder. Und manche hört man dann gar nicht, und andere wiederum, äh, noch weniger, ne? Kann ich hier überhaupt spielen mit meinem Happing? 175 ist ja faktisch nichts. 193 ist in Theorie sowas wie 12. Hello, Bitch! Ich glaube, das hat nicht viel Sinn. Wenn er 32 ist, wird besser. Wir gucken mal kurz, ob ich damit jemanden gelegt bekomme. Hallo! Und Rai Duke? Wahrscheinlich habe ich jetzt voll den Lack-Cheat activated. Mich trifft keiner. Hallo, Bitch! Oh. Die Tür habe ich aber vor Jahren schon aufgemacht. Ist ja nicht irgendwo noch ein Gegner? Hahaha, kommt her! Hallo! Hm, das war dumm. Ich versuche es jetzt kurz, die Runde noch fertig zu machen. Ich sollte mich bewegen, damit ich meinen Lack nutzen kann. Hallo! Ich hab, ich hab Fake-Lack. Alter! Der ist Low! Das ist keine Warze. Das ist sowas von Low. Baba! Baba! Hahaha! Aber da schreibt keiner was. Woo! Leute, ich gewinn noch mit Hyping, Alter. Easy! Hey yo! It's your boy! Oh! Warum sind die bei uns am Spawn? Was machen die da? Hey Kinder! Was geht mit euch ab? Das ist unser Mann. Das ist einer von uns. Oh! Hyping! Macht mir gar nichts, Alter! Ich leg's dir damit alle weg. Legge-Lick, Alter! Legge-Lick! Guck mal doch! Um! Und jetzt, Achtung! Fuck! Ich wollte eigentlich, dass er mich nicht sieht, wenn ich komme. Hallo! Wuhu! Wuhu! Es rennt! Achtung, Achtung, Achtung! Noch einer! Oh, wie ungeschickt! Ach, muss der jetzt einfach kommen? Sau-Aiming! Oh, er hat eine Negev, unter anderem eine Outdoor-Snipe. Oh, shit, Bree! Schade! Habt ihr gesehen, wie er mit nachziehen musste, weil ich so geleckt hab? Er musste so hart... Hier, ich hab ja eben Wasser erzeugt durch meinen Leck. Willkommen bei Vertibots Zaubershow. Mann, wie alt er der Waffelsherd! Ah! Ultra-Hyping! Der hat doch Fake-Lack, der Kerl! Hat aber lange gedauert. Hallo? Und, äh, Haidouk? Oh, nein! Ich brauch da noch den Pump-Kill. Der wird jetzt richtig hairy. Mit dem Hyping, glaub ich. Achtung! Batsch! Okay. Hört ihr Musik? Don't, please, don't shoot me! Please, don't shoot me! Don't shoot me in se' Gefäß! Boah, ist er jetzt tot? Nein, 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 nein! Fuck, 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 fuck! Boah! Man merkt den Ping so was von hart. Ich erschieße ihn und er fährt einfach drei Spiele später um. Hallo? Oh, der ist tot. Schade. Boo! Hä? Und der ist hin? Hallo? So? It's your boys! Wie viel? 89, du Sack! Vertrackter! In der Ballsack! Komm her! Ha! Zehn Jahre verzögerter Headshot! Hab ich drauf, ne? Steht einer schon in den Knifte. Ich hab auch schon mit Handicap angefangen. Ich hab ja... Ich hab ja... Ich kam ja rein, da lief die Runde ja schon vier Jahre. Leute, wo seid ihr? Keine Säcke. Was macht mein Mate immer noch da oben? Das ist doch ein frecher Dachs. Oh, das war kein Shot. Oh, shit, 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 shit. Nein! Ich baller voll daneben. Oh! Alter, hab ich jetzt gerade viele Schüsse versemmelt. Das darf mir eigentlich... Das darf mir eigentlich gar nicht gewährt werden. So eine Schusshaftigkeit. Geh mal, du Vogel. Was?! Dode! Ey! Kannte grad mal Umfalle, der Kerle! Na also, es geht doch. Da ist das Aiming wieder am Start. Beziehungsweise, das Pech hat aufgehört. Hallo! Ich bin grad ein Stück über den verkackten Stein gerutscht. Oh no! Don't shoot at me, please! Der ist immer noch alive, der eine mit dem Knife. Ich mein, der hat immer noch nicht gewonnen. Sollte langsam mal was machen. Hol dich halt auf. Hab ich dir nicht eben 800 Damage gegeben? Boah! Boah! Was eine überkrasse Runde, Leute! Uhuhu! Trotz des Legs, Alter! 150er Ping! No, 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 no! Guck mal, Bitch! Oh! Wir hätten ihn noch knifen müssen. Der ist doch auch beim Knife-Dödel. Dann verliert er das doch. Ah, tschi, tschi, tschi! Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Overwatch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M.